Ich habe das Ende des Weges erreicht. Die Luft ruht still. Und ich, ich bin ein Jäger. Die Jagd hat mich in die vergessenen Winkel dieser Welt geführt. Die Zeit vergeht, zieht mich tiefer hinein ins Dunkel, wo ich die Wahrheit fand. Dass meine Erlösung in der Asche liegt. Dass ich die Vergangenheit ausbrennen muss, um die Dinge zu richten. Einst ein Assassine. Heute ihr Verfolger. Muss ich jene vernichten, die ich einst Brüder nannte. Die Luft ruht still. Und ich, ich bin ein Jäger. Untertitelung des ZDF, 2020